Hallo und willkommen hier bei einer weiteren Folge C Standard Bibliothek. Wir werden heute anfangen mit der C-Type, die wir besprechen wollen. Ich inkludiere zuerst mal die Header, dann werden wir genauer sehen, welche Funktionalitäten C-Type letzten Endes liefert. C-Type ist ebenfalls eine C-Stand Bibliothek, die entsprechend hier des C-Verrätes schon mit Charakter arbeitet. Wir sind also in der Lage in C mit Charakter also letzten Endes Buchstaben, Ziffern etc. was anzufangen und da gibt es viele Funktionalitäten. Wenn wir beispielsweise darauf hinprüfen wollen, ob ein Charakter sich hierbei bei einem Charakter um ein beispielsweise ein Buchstaben handelt, da gibt es jede Menge Funktionen, um so Dinge zu tun wie zu prüfen, ob es sich hierbei um einen Buchstaben handelt oder um eine Zahl, um eine Ziffer letzten Endes oder ob es sich um eine kleine, um sich ein Lower- oder Uppercase handelt, sprich Klein- oder Großbuchstaben und jede Menge Funktionalitäten liefert entsprechend C-Type. Und hier werden wir ja einen Funktionalität kennenlernen. Ich möchte euch gerne die Funktion ist all num beziehungsweise ist all num zeigern. Hier haben wir entsprechend ist all num auch vorgeschlagen bekommen und ist all num ist entsprechend eine Funktion, die ein Charakter darauf hinprüft, ob wir hierbei eine Dezimale, sprich eine Ziffer haben, beziehungsweise ob es sich um ein Buchstaben handelt. Das heißt, gehen wir davon aus, wir haben später eine Eingabe für unseren, weiß nicht, für den Benutzernamen, das alle Zeichen von A bis Z und Groß A bis Groß Z und vielleicht noch 0 bis 9 erlauben soll. Dann könnten wir einen ganzen String darauf hinprüfen, einzelne Buchstaben darauf hinprüfen, ob es sich in diesen Namen um diese einzelnen Buchstaben handelt. Das ist ein bisschen alles komplex erklärt, aber ich denke mal, wenn ich euch jetzt gleich ein Beispiel zeige, dürfte sicherlich gleich klar werden, wie ist all num genau funktioniert. Hier erwartet ihr ein Int. Letzten Endes ist ein Charakter intern, nichts anderes als eine Codierung einer Integerzahl, also einer ASCII-Wert. Und Temp ist letzten Endes ein Charakter, das mit einem ASCII-Wert, ich glaube Groß A müsste 65 sein, wenn ich mich nicht irre, letzten Endes abspeichert. Und wenn es allen Namen zutrifft, dann möchte ich ausgeben, ist all num, all steht für alpha und nam für numerisch. Also alphanumerisch ist das hier ein alphanumerischer Werte, das hier abgespeichert ist. Also alle alpha und numerische Werte, sprich letzten Endes im Alphabet enthaltene Buchstaben A bis Z, beziehungsweise Groß und Klein Buchstaben werden entsprechend mit der Funktion berücksichtigt. Und natürlich die Ziffern. Das heißt, Zahlen, die als Charakter abgespeichert werden, werden allgemein auch als Ziffern bezeichnet, nur zur Nomenklatur. So, dementsprechend sage ich hier, ich möchte mitteilen, dass sich hierbei um ein Alnum handelt. Ansonsten sage ich, ist no all num oder einfach nur no all num. Wozu brauchen wir das Ganze? Wozu sollten wir diese Funktion kennen? Wie gesagt, beispielsweise habt ihr ein Spiel, das ihr programmiert und wollt Charakter-Name, Char-Namen vergeben und wollt darauf hinprüfen, ob es sich hierbei nur um Buchstaben und erlaubt noch Ziffern handelt. Und dementsprechend könnt ihr über einen String iterieren, über eine Schleife und dann entsprechend darauf hinprüfen, ob alles gültig ist, so wie ihr es wollt. Ich fülle das Programm mal aus und dann gucken wir mal, was da rauskommt. Hier steht ist all num, das ist wunderbar. Das heißt, Groß A ist okay. Machen wir als Beispiel mal ein kleines G. Ist all num, machen wir mal eine 6. Ist ebenfalls all num. Wenn ich aber jetzt mal ein Ausrufezeichen machen würde. No all num. So, jetzt haben wir hier beispielsweise, jetzt gehen wir davon aus, wir wollen, hier habe ich die String inkludiert. Das heißt, ich habe hier jetzt ein String, Char-Name, gleich Hulk, 2015. So soll mein Charakter heißen. Und jetzt könnte ich sagen, while, bzw. machen wir mal eine Vorschleife, ganz einfach, int i gleich 0. i soll kleiner sein als Char-Name, Punkt size, plus plus i oder i plus plus, das ist vollkommen egal bei einer Vorschleife. Und solange ich hier entsprechend habe. Jetzt müssen wir ein bisschen Vorbereitungsmaßnahmen ergreifen. Hier haben wir ein String und iterieren über den String über den Laufbuchstaben i. Und sagen, solange das zutrifft, machen wir ein Continue. Dann soll die Schleife ruhig weiterlaufen. Wenn es sich aber nicht um ein Is-A-Namen-Wert handelt, soll die Schleife abbrechen. Und bevor sie abbrecht, wollen wir mitgeteilt bekommen, warum wir abgebrochen haben. Char-Name. Mit Char meine ich nicht Charakter, sondern Char meine ich diesmal als Charakter, als Spielfigur. Nehmen wir es mal genauer, Spielername. Ist so nicht erlaubt. Erlaubte Zeichen, um zu verdeutlichen, was wir genau haben wollen. Und erlauben. So, ganz höflich mit dem Ausrufezeichen darauf hingewiesen. Und statt dem Break könnte ich jetzt sagen, Exit. Minus 1 beispielsweise. Und somit brechen wir das Programm ab, letzten Endes. Aber bevor wir das tun, möchte ich gerne hier sagen, ich möchte gerne eine System Pause, damit wir die Ausgabe überhaupt zu sehen bekommen. Und wenn wir durch die Schleife durch sind, müssten wir hier unten ankommen und sagen, Spielername OK. So, ich fülle das mal aus. Und sehe, Spielername OK. Das heißt, wir sind niemals in den Exit-Code gelandet und das Programm ist nicht beendet worden, weil wir hier über eine Schleife über den String gelaufen sind komplett. Und jeden einzelnen Buchstaben darauf hingeprüft haben, ob es sich um einen Annahmenwert handelt. Das heißt, um diese Zeichen. Gehen wir davon aus, wir erlauben alles bis auf Sonderzeichen, wie zum Beispiel Fragezeichen. Oder ich glaube, Umlaut dürfte auch nicht erlaubt sein. Und da sehen wir hier, Fail. Gut. Bei einem Ä müssen wir vorsichtig sein. Es gibt C-Type. Das ist auch wichtig zu wissen. Bezieht sich nur auf Character. Character ist in C, C++, ein Byte lang. Wollen wir jetzt Unicode zeichnen, sprich solche Umlauter ebenfalls berücksichtigen und erlauben, müssen wir unser Jar-Set erweitern auf Unicode. Und Unicode ist entsprechend zwei Byte lang. Gut, es gibt noch ein erweiterte Unicode, das glaube ich vier Bytes groß ist. So gut kenne ich mich da jetzt auch nicht aus. Aber um Unicode zu unterstützen, müssen wir später auf White-Character zugreifen. Und das sind Dinge, die wir später auch noch besprechen werden. Es gibt auch so ein C-Type, das sich auf Unicode-Zeichen bezieht. Dann wäre das Umlautzeichen, Ä, etc. auch berücksichtigt worden. Dementsprechend haben wir gerade eine Fehlerbewertmeldung bekommen beim Ä. Aber nehmen wir mal ein paar Zeichen aus dem normalen Jar-Set ASCII. Und dann dürfte das Programm nicht abbrechen. Allerdings kriegen wir hier eine Ausgabespielannahme. Ist so nicht erlaubt. Erlaubte Zeichen sind nur. Und das Programm wird beendet. So, das heißt, diese Zeichen sind nicht erlaubt. Welches genau das ist, sehen wir zwar hier an der Stelle jetzt nicht. Weil wir unser Programm halt sehr primitiv gehalten haben. Aber es soll verdeutlichen, dass wir mit ISARNAM darauf hinprüfen können, ob sich bei einem Charakter, bei einem einzelnen Charakter, einem byte langen Charakter, das solltet ihr euch merken, sich um ein dieser Zeichen handelt. Falls ja, 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 falls ja, können wir hier entsprechend weitermachen. Je nachdem, welchen Anwendungszweck ihr jetzt habt, können wir mit dieser Funktion entsprechend einen Charakter darauf hinprüfen. Gut, ah, danke fürs Zuschauen. An dieser Stelle war es das erste Mal. Und im nächsten Teil werden wir wahrscheinlich noch andere Funktionen kennenlernen aus der C-Type-Reihe. Das sehe ich übrigens diese Schreibweise C-Type. Um das auch nochmal zu erwähnen. In C hätten wir das auf die Art eingebunden, wo wir sagen C-Type.h. Das geht natürlich auch in C++. Aber die C++-Variante von Headern ist in der Regel so, dass wir das Punkt H weglassen. Und damit verdeutlicht wird, dass es sich um eine C-Funktion handelt, beziehungsweise um eine C-Bibliothek, fügen wir vor der Header-Datei, das hier letzten Endes ein Header, die wir inkludieren, einfach nur noch ein C hinzu. Das C steht entsprechend für C-Funktion, beziehungsweise eine C-Bibliothek. Und das C-Type ist letzten Endes die Bibliothek, die wir inkludieren. Also deswegen nicht wundern lassen über dieses doppelte C. Das erste C steht für C, für die Programmiersprache, und das zweite halt entsprechend für die Header-Datei C-Type, sprich C für Character, Character-Type letzten Endes. Ja, Character-Handling. Im Prinzip sind es hier drin alle Funktionen zu finden, die um Character-Handling zu tun haben, wie zum Beispiel isAllNum, das daraufhin prüft, ob sich hier bei dem Character um diese Zeichen handelt. Gut, das heißt letzten Endes gewinnt euch bitte daran, zu versuchen solche Includes zu machen, dass ihr entsprechend die C++-Variante nehmt. Das Punkt H lasst ihr weg und fügt dazu ein C da vorne an. In der Regel seht ihr hier schon beim Vorschlag, dass das so was gibt. Hier bei C-C-Type seht ihr schon mal, ja, die Header hat ja gefunden, wunderbar, das funktioniert. Gut, das nur so am Rande. Im Prinzip war es das auch schon. Und nochmals danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.